Welche Sportarten können nach einer Oberflächenersatzprothese ausüben werden? Hier kann man sagen, alle. Es gibt keine Einschränkungen. Die einzige Einschränkung ist die Konstitution des Patienten. Ist der Patient vorher nicht gelaufen, sollte er natürlich nach so einer Operation auch nicht laufen. Aber wir haben Triathleten, wir haben Kampfsportler im Patientenklientel, Bergsteiger, Reiter. Was ich besonders hervorheben möchte, weil man mit der konventionellen Prothese glaube, ich diesen Sport hinterher nicht durchführen kann, genauso viele wie eben einige andere auch erwähnte. Das heißt, Sie können im Grunde alle Sportarten durchführen.